Musik Musik Wow Ähm Na gut, ok Ist ja noch easy Oh, nachladen Oh, da kommt noch mehr Ungeil Weiß jetzt auch nicht, wie viele die Viecher ziehen Komm mal Try it Ähnlich ist die Waffe mal für was nutze, hä Fajiranimoo Wuhuu Wuhuu Ah, noch mehr Dann sagst du einfach mal rein sprayen Passt schon Passt schon Na gut, wenn es nur die kleinen Viecher sind, dann geht es ja noch Außer da müsste halt irgendwie so mega fies sein, dass ich mehrere Granaten am Arsch machen müsste, damit ich hier Stress kriege Wow Da ist noch einer Da ist einer Sooo Wieder noch eine Welle Easy Aber ich könnte Granaten mehr Wow, Alter, was ist das denn Was ist das für Viecher Wuhuu Wuhuu Okay, äh Es ist wohl doch nicht so einfach wie vorgestellt Wuhuu Alter Was sind das für Viecher Wuh 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 Stirb 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 Äh ne, sterb Alter Wie Damage die fressen, ey Okay Äh So Alter Erstmal hier Ah ne, live haben wir schon Boah, nämlich die Waffe Okay, ich glaub Ein Sturmgewehr können wir behalten, das ist in Ordnung Leute Ist hinter mir einer Alter Alter Muss schon zugeben Wenig macht mir die Viecher schon Angst Also, das heißt Wenig, ähm Ich hab halt Respekt davor Beziehungsweise Es ist Potenzial zum Erschrecken da Was ich gleichzeitig auch ziemlich geil finde Ah Wow Alter Jetzt muss ich grad mal gucken Ich glaub ich greif lieber die Zombieviecher an Aber man Ey, wir lassen ja auch mal kämpfen Und gucken mal wo wir lang Ah, da hinten womöglich Wo wir lang müssen, damit wir da rauskommen What? Äh Woh 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 Das ist nicht gut Alter Woh 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 Ich hab das Gefühl, das wird von Raum zu Raum immer schlimmer. Voll Schiss, das ist nämlich so invaden. Ah! Der greift auch direkt an, ne? Ja, gut, sind halt ziemlich nahkampfbasiert, die Viecher. Was ist noch alles? Oh, Alter! Steh dich auf! Hau auf damit! Nein! Weh, Mann, Alter! Weh! Nicht nett! So, wo geht's hier weiter? Da hinten, nein, nein, da hinten, da hinten. Boah, ich laufe das lieber durch, ne? Da habe ich keinen Bock, hier irgendwie so Party zu machen mit denen. Ich würde denen ja gerne sagen, so, ja, Bro, lass zusammenarbeiten. Aber ich glaube, auf mich hört halt keiner. Da hinten können wir lang, ne, doch. Easy, sehr, sehr, sehr easy. Ich habe überhaupt keinen Bock, irgendwie gegen... Wow, Alter! Gegen die zu kämpfen. Galt mich gar... Überhaupt nicht an. Boah, der eine steht wieder auf, hey. Ich glaube, wie viele Hits muss man denen denn geben, dass sie einfach liegen bleiben. Schießt die wieder auf? Keine Ahnung, ob das hilft, aber... Was? What the... Alter! Äh... Okay. Ja, gut, dann... Äh, wie wollen wir wieder hochkommen? Hallo? Okay. Dann haben wir vielleicht einen anderen Weg. Der halt nicht ganz gemütlich werden wird. Komm, komm her, komm her, komm her. Baller dich im Haufen einfach. Den wollen wir nochmal draufschlagen, damit der nicht aufsteht. Alter, ihr... Gefühl, dass sie überall sind bei mir, so. Überall. Da taucht der einfach da auf, hey. Laufend sagen wir da durch. Wow. Ah, ah, nachladen. Ungeil. Draufhaut. Alter, 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 nein. Nein, 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 nein. Keine Muni mehr. Bullshit. Richtiger Bullshit. Uh, uh, uh. Lol. Kleiner Leck. Okay. Äh, müssen wir noch eine Waffe finden noch. Dahin! Dahin! Was greifst du mich an? Ich bin eher dein Kumpel als dein Feind. Guck die Viecher doch mal an. Was ist das denn? Ne Shotgun. Ne Shotgun. Uh, nice. Oh, das ist nice. Okay, ich glaub, die Waffe bringt uns mehr. Ja, Mann, äh, Shotgun. Okay, ist das denn ein Knopf? Ne. Okay. Kann ich wieder zielen? Ne. Okay. Ah, Shotgun, wa? Das gefällt mir schon eher. Damit kann ich umgehen. Boah, die Karte ist voller Punkte und so weiter. Okay. Probieren geht über Studieren. Einfach drauf. Na gut. One Hitten. Nicht immer irgendwie. Aber kann die auch zerschlagen. Ja, zerschlag ich die. Okay. Ich hab meinen Aufzug gefunden. Sehr nice. Nein. Nein. Ich will rein. Ich will nicht runter. Alter. Alter, ich wollte raus. Los. Lol. Alter, was geht bei denen? What the? Alter. Ja, hammergeil. Alter, die haben jetzt nicht ernsthaft Waffen geschossen. Oh, nee. Aber ich glaub, gegen die brauch ich irgendeine Waffe mit viel Money. Boah, Alter. So ein Scheiß. Oh, guckt euch die Minimap an. Bleib liegen. Mal gut zielen, tut die Waffe. Oh, ja. Tarnung. Okay. Da hinten, da hinten ist es. Okay. Alter. Okay. Der ist, glaub ich, tot. Ich weiß halt nicht, wie lange die Tarnung hält. Okay. Das ist vielleicht so ein Challenge, dass wir eben gucken müssen, wie lange die an ist. Kurz an. Da ist sie länger an. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Weiß ich echt nicht, ob wir das schaffen können. Da ist sie wieder an. Kurz an. Das ist echt ziemlich unsicher. Fuck. Okay. Das ist schief gegangen. What? Da ist einer. Okay, dann. Ja, womöglich gibt's nochmal einen Weg, nach oben zu kommen. Whoa. Alter, weg mit dem. Boah, so viel kann ich schief schnell Waffen wechseln. Alter, hör auf, mich abzuknallen. Boom. 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 Stirb. Stirb. Drecksack. Gefällt mir überhaupt. Überhaupt null. Wow. Alter, viel zu eng. Ich wollte gerade eben noch so sagen, so, ja, hoffentlich sind da nicht mehr. Puh. Alter, wo? What the fuck? Alter. Erstmal Sachschaden verursachen. Wie sie es gewohnt. Oder ja, nach dem, nach dem Party-Motto. Sei nicht der Gastgeber. Bin ja nicht, bin ja nicht zu Hause. Wir sind bei der Flatt, bei der, äh, Allianz. Bei den Flach-Säcken, ja. Hier ist aber Flach-Flach-Wichser? Nee, Flach-Spaß. Ah, irgendwie sowas. Spacken halt einfach. Pam. Direkt eine gegeben, Alter. Wieder so ne Brücke. Ah, nee. Das ist, das ist die. Okay. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Alles klar. Oh ja, Muni. Sehr, sehr gut. Okay, also mit Spray-Schüssen geht das eigentlich ganz gut, klar. Okay, die Kleinen sind, die Kleinen sind also weniger das Problem. Ah, hab ich mir irgendwie denken können. Ja, meinst du, wenn die Großen halt schon Waffen haben, wa? Verzieh dich. Keine Ahnung, ob es Menschen sein sollen, oder... Nein! Das war, da war ein Loch. Alter, fuck. Ja, Mann, wir haben ihn kaputt gehauen, ey. Das klappt also doch. Ich geh mal da lang. Ja, wieder ein Ladeleck. Okay. Alter. Hat mich mit seinem Arm gepanscht, oder was? Ja, erstmal nachladen. Okay. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Vielleicht müssen wir da irgendwo lang... Meine Fresse, ey. Boah, ich will... Nicht! Nochmal! Verzieh dich, Alter! Verzieh dich! Alter, und dann ballern die mit Sturmgewehr auf mich. Assi ist das denn? Ah, die können die Tür nicht öffnen. Die Kleinen. Hehe. Na? Hast du ein Problem? Ja, guck mal nach hinten. Na, du musst nach vorne gucken. Ja, also im Grunde, die Kleinen sind mir jetzt eigentlich einfach egal. Ich lauf einfach durch. Weil so viel Schaden machen die gar nicht. Der steht wieder auf, ey. Jetzt kommt grad... Kann auch irgendwie so ne komische Musik. Wow! Geh weg! Zweimal... Zweimal hält besser. Ne, doppelt hält besser. Na, kein Leben. Da ist Leben. Ne, da ist kein Leben. Alter, die sind überall. Wow! Einer von beiden steht wieder auf. Ne, okay. Uuuh! Alter! Boah, treffe ich ihn? Ja, Mann! Pam, Junge! So geht's, wenn du gegen Niko kämpfst. Hast du einfach keine Chance. Ja, und was mach ich jetzt hier? Wow! Alter, da ballert er mich ab. Hä? Der Raum bringt mir gar nichts. Kann ich hier irgendwas machen? Boah, dieser Ton, der geht mir voll auf den Piss. Okay. Sackgasse. Das ist natürlich nicht geil. Hoffen wir mal, dass es die einzige ist. Oh, da ist... Da sind so leichten Dinger. Hoffentlich kommen wir da hoch. Komm schon. Das ist meine Hoffnung. Ah, wir können uns vielleicht ducken. Ja! Mit ducken geht es. Kommen wir da hoch? Alter, nice. Sehr nice. Okay, also mit Skill... Also... Mit Skill kommt man hoch. Jetzt weiß ich auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Sind dann Pfeile vielleicht. Ach, Lichtbrücke, Aquino. Sowas hatten wir noch nicht. Okay. Bitte, bitte halte. Bitte, halte. Bitte, Lichtbrücke. Verlass mich nicht. Ich brauche deine... leuchtende Kraft. Alter. Alter. Übertreib halt! Meine Fresse. Man kann wieder an den Nachladen schießen und es abbrechen. Das ist sehr gut. Okay. Bitte, Aufzug. Nicht weiter runter. Nicht weiter runter, okay? Weiter hoch. Ja! Ja, es klappt. Okay. Gutes Zeichen. Hier Echo 419. Chief, sind Sie das? Ich habe ihr Signal verloren, als sie in dem Komplex verschwanden. Was geht da unten vor? Ich empfange überall Bewegungen. Die Kavallerie ist da! Ja! Meine Freunde! Wollte, sofort runter von dem Ding. Ah, ich habe wieder Freunde. Na, Pum. Wo ist der mit der Narbe in der Fresse? Wo ist er? Wo ist er? Hallo? Ich will dich sehen. Boah, Alter, die nerven richtig. Alter! Ich bin's. Pass auf, wo du hinschießt! Mist! Viel Spaß damit! Boah, Alter! Das ist schon assi, dass die Messe mit Waffen schießen können. Alter, wieso? Hä? Alter, von wo? Boah, Alter, von überall. Wie ein riesiger Pickel. Ja, Mann! Ja, Mann! Wie ein riesiger Pickel. Alter, er hat so recht. Er hat so einfach nur recht. Alter. Pickel, ey. Nur noch du und ich. Vorsichtig! Das ist ein Kumpel. Ja, Mann. Wir überleben, okay? Bleib ruhig liegen. Wer will? Kommt alle... Das war jetzt assi. Also im Grunde sterben meine Freunde sowieso viel zu easy. Das ist natürlich nicht so geil. Wow, was ist das denn? Okay. Wupp. Was ist das denn? Das ist ein Geräusch gewesen. Oh, ich hab Freunde. Ich hab Freunde. Äh. Erstmal den da töten. Freunde. Freunde. Wow. 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 Äh. Wow. Die helfen mir. Ah! Boah, ich hoffe das letzte Mal mal. Alter. Also scheinbar helft mir dir. Okay, das scheint in Ordnung zu sein. Oh, hallo. Was? Guten Tag. Ich bin der Illuminat von Einrichtung 04 343 Guilty Spark. Jemand hat die Flatt freigesetzt. Ich soll dafür sorgen, dass sie innerhalb dieser Einrichtung bleiben. Ich benötige ihre Hilfe. Bitte hier entlang. Mach mal mit. Mach mal mit. Easy. Chief, ihr Signal war weg. Wo waren sie? Chief, Chief! Unser Signal ist noch weg. Hm. Die Bibliothek. Was uns hier wohl erwartet? Wir müssen den Index mitnehmen, bevor wir die Einrichtung aktivieren können. Ja. Äh. Und mit diesen Worten folgen sie dem Illuminaten zum Index, äh, würde ich jetzt einmal grob sagen, ja, bis zum nächsten Mal, denn ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Ich bin verkackt müde. Äh, und für euch geht's, je nachdem wie lange ich aufgenommen habe, ich weiß es nämlich nicht gerade genau, gleich weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und, tamm. Tschüss. Vielen Dank.